Wie sehen Hemmnisse aus der Erfahrung unserer Stadtstudien in der silohaften Struktur von Städten? Das heißt, dass es eben Bereiche gibt wie Transport, Energie und dass die aber nicht miteinander reden. Und dass nur ganzheitliche Lösungen zukunftsfähige Lösungen sind. Ein zweites Hemmnis, was wir sehen, ist eben das Thema Geschäftsmodelle. Das heißt, digitale Geschäftsmodelle setzen darauf auf, dass halt über verschiedene Technologie-Mixe hinweg Daten ausgetauscht werden können und Ähnliches. Und da sehen wir auch noch einen Handlungsbedarf. Es ist so, dass die Erneuerbaren tatsächlich noch nicht in Großstädten ankommen können. Das liegt daran, dass wir noch keine direkte Durchleitung für erneuerbare Energien haben. Und wir zu wenig Anreize an industriellen Verbraucher, aber auch Gewerbe und Haushalte, Erneuerbare tatsächlich auch flexibel zu nutzen. Die regulatorischen Hemmnisse liegen ganz klar im Thema Planungs- und Investitionssicherheit für die Unternehmen. Hier passiert zu wenig. Und was wir hier vor allen Dingen brauchen, ist ein klares Bekenntnis der Politik zur Wärmewende. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Kombination aus alten und neuen Instrumenten, um diese Wärmewende anzureizen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020